Musik Grandios ist einfach natürlich, dass man sagt, okay, im Körperbehindertenbereich, geistiger Bereich der Entwicklung, dass diese Schüler, die wirklich drei Jahre pandemische Einschränkungen hatten, extreme Einschränkungen hatten, aufgrund ihrer Gesundheit jetzt hier sind und dieses Sporterlebnis bekommen können, ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Sehr schön, ich bin sehr dankbar, dass ich hier angekommen bin und spielen kann. Ich freue mich am meisten auf die Siegerehrung und auf die kommenden Spiele. Es ist eine tolle Erfahrung, was Neues zu sehen und es macht viel Spaß. Musik Es ist auf jeden Fall richtig hier. Es ist so schön, dass wir hier angekommen sind. Wir sind auch froh, dass wir hier auch noch qualifiziert uns haben. Ich bin das erste Mal hier, aber es fühlt sich gut an. Ich freue mich am meisten darauf, dass wir den Pokal holen. Musik Am meisten freuen wir uns, glaube ich, alle, nicht nur ich als Turnierchef, sondern alle Beteiligten, die Freude der Kinder wieder zu sehen, die strahlenden Kinderaugen und einfach den Spaß daran, an seinem Sport wieder wettkampfmäßig auszuüben. Dieses Jahr, kann man sagen, ist besonders nach so langer Zeit, dass man es überhaupt wieder auf die Beine gestellt hat, in doch relativ kurzer Zeit. Musik 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 Musik